Und wir haben uns hier mal einen Fall rausgekramt, nämlich alles Vidal von der AfD. Also wurde ja mehrfach angefragt, ja machen wir es so alles Vidal. Und wir lassen uns natürlich dann auch ein bisschen mehr Zeit für ein tieferes Zielprofil, also ein Target Package und so weiter. Aber es, ja sie war jetzt am Wochenende oder am Wochenende wurde ein Interview mit ihr gesendet auf YouTube. Das war glaube ich, dass die Kompaktleute, ja so dieses, diese Figuren hatten halt Vidal interviewt. Sie kriegt halt so diese Standardfragen, sie gibt die Standardantworten. Das ist ja meistens immer recht festgelegt bei den Parteien, auch bei der AfD. Das heißt so die Talking Points und dann spult man die einfach nur noch ab. Es gab ja schon unglaublich viele Streitereien in der AfD. Wenn jemand sich geäußert hat, abseits der abgemachten Talking Points. Also sie versucht da so eine Teamplayerin zu sein, ist nicht ganz klar, was ihre Strategie ist. Sie sollte wissen, natürlich wie stark so dieser Höckeflügel in der Partei ist. Und das eigentlich auch bei der Supporter Base, dass halt so die klassischen Verschwörungsideologen, dass die gar nichts von ihr halten. Also sie ist da einfach zu weiblich, zu lesbisch, zu, ja, ihre Partnerin gefällt nicht. Und sie war mal ein paar Monate irgendwie bei Goldman Sachs und das gilt ja bei den Verschwörungsideologen schon als unglaublich verdächtig. Also so als müsse man da ein Eid schwören auf die non-existenten Windmühlen von Zion, wenn man halt nach der Uni mit halt dem herausragenden Abschluss wie Vidal, wenn man da halt irgendwie versucht hat, bei so einer großen Firma da halt so ein Profil zu erschaffen, dass man halt sagen kann, man war schon mal bei einem großen Player. Also sie muss wissen, dass sie eigentlich, ja, dass sie so das Aushängeschild ist. Sie muss wissen, dass eigentlich kaum jemand sie leiden kann wegen stupiden Gründen. Und dann haben wir hier mal die zwei wesentlichen Probleme identifiziert, die zwei großen Probleme für sie, von denen sie nur eins halbwegs versteht. Ja, also Rechtsextremismus, okay, sie weiß ungefähr, wie das läuft. Sie weiß, dass Rechtsextremismus die gesamte Partei zerstören kann, also ob jetzt durch Parteiverbot oder irgendwelche Leaks und so. Das kapiert sie natürlich. Sie weiß, ihre Tage sind eigentlich gezählt. Sie hatte sich ja mal gegen Björn Höcke gewandt mit dem Parteirausschlussverfahren und sie wollte, dass dieser Wolfgang Gedeon halt eben dann rausfliegt. Also sie hat sicherlich keine Lust auf eine blaulackierte NPD. Sie weiß wohl, das führt so in den Untergang. Wir haben es ja auch in den letzten Sendungen besprochen, Parteiverbot ist jetzt nicht nur eine theoretische Sache. Und haben ihm darauf hingewiesen, dass halt einfach die ausländischen Geheimdienste da das größere Problem sind, nicht die inländischen Geheimdienste, weil einfach die NSA kann mehr, GCHQ kann mehr, MI6 kann mehr und so weiter. Weidel machte sich dann lustig in einem Kompaktinterview über den Verfassungsschutzpräsidenten, den Haldenwang, ich glaube, sie nannte ihn Haldi, also maulte halt, ja, er ist links und er arbeitet für Nancy Faeser von der SPD und die ist auch links und so und halt die üblichen Talking Points, dass halt das Ganze, dass der Verfassungsschutz halt politisch, für politische Zwecke halt damals braucht wird, um halt einfach der AfD so einen Stempel aufzudrücken, aber es geht ja auch um mehr, es geht um Infiltration. Also insofern erzählt Weidel, was alle anderen auch so schön brav erzählen hier aus dem AfD-Klientel, aber Haldenwang ist nicht ihr großes Problem, sondern ihr großes Problem ist wohl ja gerade der adelige neue Chef hier vom britischen MI6, ich weiß nicht, ob sie für den auch so eine Art Spitznamen hat, ob sie überhaupt weiß, ob sie überhaupt weiß, wer das ist, nein, nicht das Headquarters, sondern ich will mal kurz hier das nochmal aufrufen, also das heißt, der Chief von dem Secret Intelligence Service, SIS, auch bekannt als MI6, wie gesagt, die Benamung bei den Briten ist total gaga, wie das jetzt entwickelt hat, also hier aktuell Sir Richard Peter Moore, aktuell leitet er in MI6, das heißt, er ist auch zuständig hier für Deutschland, er für den britischen Geheimdienst, er ist zuständig dafür, die politische Landschaft zu infiltrieren, zu steuern, je nachdem, wie die sich das da einbilden. Ja, es wurde ja schon mal von einem Verfassungsschutzchef in Deutschland hier so gesagt, ich glaube, das war Hans irgendwas Horchem, vom Verfassungsschutz, der hat dann gemeint, ja, die Briten agieren hier wie eine Kolonialmacht, allen Abmachungen zum Trotz, die machen hier, was sie wollen. Und das war ein Kommentar halt eben bezogen auf den Gründer der NPD, Adolf von Tadden. Tadden wurde dann enttarnt später als britischer Agent. Also Richard, Sir Richard Peter Moore, das ist die wichtigere Person, nicht der Haldenwang und nicht die Fäser. Mr. Richard Moore ist ausgezeichnet mit dem Most Distinguished Order of St. Michael and St. George. Das ist noch etwas wenig behangen. Er studierte auch an Harvard und so weiter, nach Oxford, klar, wo die Spione immer herkommen. Er studierte auch an His Majesty's Diplomatics Service. Er studierte auch in Vietnam, Türkei, Pakistan, Iran, Malaysia. Äh, Section Head von der Security Policy Group beim FCDO, das ist Foreign Commonwealth and Development Office. Et cetera, et cetera, et cetera. Also Moos Großvater, Jack Buckley, war Soldat der IRA, der IRA. Vielleicht war er sogar ein Spion gegen die IRA. Das wäre natürlich dann spannend zu wissen. Ja, also, auf den kommt es an. Sir Richard Peter Moore vom Secret Intelligence Service MI6. Ja, nicht Haldenwang, nicht Haldi. Und nicht die Fäser. So. Also, das heißt, selbst im Bereich Rechtsextremismus scheint alles weidel, scheint alles weidel, die ganze Problematik noch lange nicht zu verstehen. Also, ich denke mal, sie weiß auch nicht, wo die, sie weiß auch nicht unbedingt, wo die klassische Verschwörungsideologie herkommt. Ich habe das ja mal ganz im Detail herausgearbeitet. Das heißt, großer Einfluss war da der britische Geheimdienst auf die Verschwörungsliteratur der letzten 200 Jahre. Das ist das schmutzige Geheimnis, über das niemand sprechen will, außer mir und noch Professor Oberhauser aus Österreich, der da drauf gestoßen ist. Und, ja, also, das heißt, die NSDAP hat ja nichts Neues erfunden. Das war alles schon in der völkischen Szene und das war alles dann schon viel, viel älter. Also, zwei Probleme für alles, weil nur eines davon versteht sie halt ansatzweise. Dann, das zweite Problem sind die internationalen Netzwerke, deren Aktivitäten sie nicht wirklich nachvollziehen kann. Also, das hat sehr viel mit Spionage zu tun. Was sie davon gesehen hat, beziehungsweise was sie halt generell so gesehen hat hier an Netzwerken in der AfD, das ist hier ein Rätsel. Also, dann gab es diese Recherchen über halt heimliche Geldgeber und diesen mysteriösen Tom Rohrberg und so und dass der da überall Kontakte hat. Ja, und dann ließ sich alles, ließ sich alles Weidel eben dann interviewen. Das wurde dann ausgestrahlt hier bei STRG F hier auf YouTube unter anderem mit dem Titel Geheimnis AfD-Netzwerk. Was für stritten sie hier? Tom Rohrberg und so. Und, ähm, wurde sie befragt zu diesen Vorgängen und sie meinte dann, woher dieses Geld kommt, das ist mir ein völliges Rätsel. Ja, also, dann wurde sie gefragt, hat sie Angst vor diesem Tom Rohrberg, weil andere, die befragt wurden, auch anonym hier bei der AfD, die befragt wurden von Reportern. Also, manche wollten sich gar nicht mit Namen und Gesicht äußern, weil sie Angst haben vor dem Rohrberg. Und dann wurde eben die Frage gestellt und alles Weidel, haben sie Angst vor Rohrberg? Und sie meinte irgendwas von, sie habe halt zumindest sehr Respekt. Weiß aber gar nicht, was dahinter steckt. Äh, und dann, ja, und dann im April 2019 wurde dann bekannt, dass die Spenden, also, dass manche Spenden für die AfD über Strohleute des deutschen Immobilienunternehmers und Milliardärs Henning Conle geflossen waren. Right. Ähm, die Conles waren jedoch, waren jedoch seither aus der Ecke der SPD. Also, der politische Hauptgegner der AfD. Was ist denn hier los? Nun, ähm, also, selbst die britische Presse rätselt darüber, woher die Conles da ihr Geld haben. Ähm, hatten ja diese riesigen, also, Massen an Wohnungen da, ja, gebaut und so weiter hier in Deutschland. Äh, und dann kamen sie plötzlich hier nach London, die Conles, und haben dann die Top-Immobilien da gekauft, hier in London. Ähm, und wir haben das hier verlinkt auf recenter.com, hier der London Guardian, die Zeitung, äh, es heißt dann, es gab Spekulationen, dass Conle Geld von anderen Kunden investieren könnte, möglicherweise sogar aus Russland. Der Vermieter bestreitet dies jedoch. In der Erklärung sagte er, die Immobilien in London wurden durch Bankkredite und Kapitalressourcen finanziert. Es ist unwahr, dass die Käufe als Fassade für Investoren aus Osteuropa durchgeführt wurden. Und dann gab es auch deutsche Berichterstattung und dann hat man auch so gesagt, ja, Henning Conle, ach ja, und übrigens, äh, Russen kauften sich dann ein, äh, in London auch über Strommänner. Das heißt, man wollte jetzt nicht da, äh, einen direkten Zusammenhang behaupten, weil, weil man das so nicht nachweisen kann. Ähm, und selbst wenn, selbst falls dem so wäre, gibt's da immer noch mehrere Szenarien, warum das so ist. Also russische Oligarchen kauften sich fleißig in den Immobilienmarkt in London ein, klar wissen wir, ähm, die SPD zeigte lange Zeit ein Appeasement gegenüber Russland, wissen wir auch. Ähm, also die SPD war da ultra krass, ähm, was jetzt die Russen anbetrifft, ja, dagegen, ähm, ist das ja noch recht primitiv, was die AfDler da gemacht haben, wobei ich das nicht unterschätze. Also diese Russlandbesuche und, ja, und was die da, was die AfDler da komisch ist mit den Russen absprechen. Ich bin sicher, dass der NSA das alles bekannt ist und der CIA auch. Ähm, aber krass war halt das Zeug von der SPD. Aber selbst das ist more than meets the eye. Äh, also die SPD zeigte lange Zeit ein Appeasement gegenüber Russland, aber letztendlich war der Segen der britischen Eliten notwendig. Also nur wenn die alteingesessenen britischen Eliten, ja, das ist so ultrakonservativ, ja, wenn die britischen Eliten sagen, okay, die Russen dürfen sich da über Strom hineinkaufen, dann, dann passiert das. Und nur wenn die Eliten zustimmen, dann darf das Russengeld aus zweifelhafter Herkunft an die City of London, das, dafür gab es das grüne Licht. Ähm, und dann haben wir noch das. Die SPD wurde nach 1945 neu aufgebaut durch die Besatzermächte. Einen hohen Einfluss übte dabei der britische Geheimdienst aus. Dieser konnte auch prinzipiell über adelige Mittelsmänner das rechte Spektrum einwickeln. Der Baron von Fink galt ja als AfD-Supporter, ja, als AfD-Spender. Äh, und sein Großvater bekam von einschlägigen Adelslinien seinen Titel und seine Bankerkarriere. Also, das heißt, wenn man die Geschichte kennt, die Geheimdienstgeschichte kennt, dann weiß man, dann kann man abschätzen, wie da weiter oben da die Fäden halt eben dann zusammenlaufen. Also, du siehst halt immer wieder die gleichen Adelskreise und halt eben dann die Verbindungen in die Politik und das ist, das ist dann diesen hohen adeligen Kreisen, denen ist es dann vollkommen wurscht, ob sie jetzt hier bei uns die SPD bearbeiten oder ob sie die AfD bearbeiten oder ob die da jetzt die Geld, die magische Geldwaschmaschine leiteten von der CDU in Hessen. Ja, und da gab es ja noch eine interessante Connection zu Alexander Gauland, ja, also Gaulands, wo er studiert hat, die Kreise, die CDU-Connections, Gaulands Mentor und dessen Connections und so weiter. Ja, und dann gab es eben diese funky CDU-Geldwaschmaschine mit Prinz Casimir zu sein Wittgenstein und so weiter und so fort. Also, right, also, wie gesagt, manche da draußen meinen immer noch, also haben prinzipiell keine Ahnung von gar nichts, das heißt, und ja, und können sich das einfach noch so richtig, gar nicht so richtig vorstellen, oder sie wollen sich das gar nicht so richtig vorstellen, wie das halt hier eben läuft. Wenn es der politische Gegner ist, ja, dann würde man gerne gelästert, ja, ja, die SPD und fremdgesteuert und blablabla, aber was mit dem eigenen Laden? Ja, oder wenn jetzt die Linken halt dann abkotzen und sagen, ja, die AfD und ihre heimlichen Geldgeber und so, hey, weiter oben laufen da die Fäden echt zusammen und, äh, Jede Partei hier scheint die gleichen, die gleiche Art von Connections zu haben, if you ask me. Ja, und, ähm, also, das heißt, ähm, Conless geben Geld oder die Conless gaben Geld an die, äh, AfD, aber die Conless kommen eigentlich aus der SPD-Ecke. So, wer steckt hinter der SPD? Ja, wer, wer oder was steckt hinter der SPD? Ja, wie ich hier gesagt habe, die SPD wurde nach 1945 neu aufgebaut durch die Besatzermächte. Die SPD, äh, die SPD, äh, die SPD-Legende Kurt Schumacher wurde zuerst zum Vorsitzenden der SPD in der Welfenhochburg Hannover in der britischen Zone. Ähm, bald führte er die gesamte SPD an und grenzte diese äußerst scharf ab zu der Kommunistischen Partei Deutschlands und gegenüber Russland. Ende 46 besuchte Schumacher auf Einladung der britischen Labour Party London, um sich mit den dortigen Sozialdemokraten zu treffen. Und die britischen, äh, Linken, das ist alles super fake, geht alles zurück aufs Empire, auf die Fabian Society, äh, London School of Economics und das, da waren immer, Dahinter stecken immer diese knallharten Imperialisten, die sich gedacht hatten, hm, ich glaube wir brauchen so ein, äh, so eine, unter anderem halt eben auch so eine linke Tarnung für das Empire und so, also bauen wir diese Strukturen auf. Funky, right? Wie genau diese Hilfe aussehen sollte, wird nicht verraten. Der SPD-Chef, so Chicago, sei sehr antiamerikanisch. Die Geheimdienstabteilung des US-Pentagons erkannte aber bereits im Oktober 1945, dass eine starke sozialdemokratische Partei in Deutschland eine mächtige Kraft bei der Eindämmung der Ausbreitung des Kommunismus sein könnte. Somit betrachtete die amerikanische Führung, also die SPD, als kontrollierbares Sammelbecken und in einem gewissen Umfang waren auch antiamerikanische Töne bei der SPD sehr wohl mit einkalkuliert und stellten keine Gefahr da, solange jemand wie Schumacher auf die Briten hereinfehl und die UdSSR mehr fürchtete als die USA. Es gibt noch weitere bestätigte, enttarnte, äh, Nachrichten, also Geheimdienstassets, Informanten und so, äh, gibt einige noch hier in Schumachers, äh, Schumachers Umfeld. Jetzt die Frage, war, war Schumacher selbst rekrutiert worden von den Briten, äh, und oder den Amerikanern, ja, das heißt, wir haben dazu leider noch nicht die Akten, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt super freaking high, ja, es ist, würde halt jedem geheimdienstlichen Grundprinzip widersprechen, äh, wenn er nicht rekrutiert worden wäre, ja, macht absolut keinen Sinn, ja, das heißt, man kann natürlich, es ist, es ist legal, dumm zu sein, naiv zu sein und ein Volltrottel zu sein und sich zu denken, ah, ja, wird schon alles so irgendwie, kann jeder machen, wie er will, klar, ähm, Also, als Schumacher nach Berlin reiste, traf er sich gelegentlich mit dem stellvertretenden Stationsleiter des CIA, Peter Sickle, um antikommunistische und antisowjetische Taktiken zu besprechen. Schumachers enger Helfer bei dem Wiederaufbau der SPD war ein gewisser Waldemar von Knöringen aus einer uralten Adligenfamilie, die bis zu den Kreuzzügen zurückreicht. Waldemar von Knöringen hatte sich im organisierten Widerstand gegen die Nazis beteiligt, flüchtete zu Kriegsbeginn nach England, wo er für verschiedene Propaganda-Radiosender arbeitete, die in Europa zum Widerstand aufriefen. Dahinter stand das Political Intelligence Department, eine Geheimabteilung des britischen Außenministeriums. Ende 1945 kehrte Knöringen als Major der britischen Armee nach Deutschland zurück und wurde eine der einflussreichsten Personen in der SPD. Waldemar von Knöringen, das rollt doch von der deutschen Zunge, das klingt fast so wie Baron von Fink. Also, hier haben wir sogar etwas, äh, Background hier. Hier, entstammte dem schwäbischen Adelsgeschlecht von Knöringen. Äh, Teilnahme von Vorfahren an den Kreuzzügen lässt sich nachweisen. Okili-dokili. Äh, Knöringen musste nach dem Dollfußputsch vom Juli 34 aus Österreich fliehen. Jada, jada, jada. Ähm, jada, jada, jada. Und, äh, er zählte zum Schattenkabinett von Willy Brandt, dessen Background haben wir natürlich auch schon aufgedröselt, gibt ja inzwischen mehr Fakten und Akten und Studien. Jada, 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 jada. Jada, jada. Ähm, hier das Adelsgeschlecht Knöringen. Äh, Geschlecht erschien erstmals im Jahre 1197. Und so weiter und so weiter. Äh, also gab's dann hier diverse Schlösser, diverse Figuren, diverse Bischöfe. und so weiter. Es gibt noch mehr krasse Adelige. Dazu gleich mehr bei der SPD, insbesondere im Umfeld von Herrn Lassalle, der große Arne der SPD, war auch voll die Bitch des Adels. Genauso wie Karl Marx. It is what it is. Also, in Schumachers engem Umfeld agierte auch Fritz Heine, ein glühender Gegner der Nazis, die Kriegsjahre in London verbracht hatte, wo er dem britischen Geheimdienst half, mit deutschen Doppelagenten fertig zu werden. Nach dem Krieg kehrte Heine in seine Geburtsstadt Hannover zurück, die Wölfenhochburg, und wurde der SPD-Presse- und Propagandachef sowie enger vertraute Schumachers. Sprach fließend Englisch, diente als Verbindungsmann zu den britischen Besatzungsbehörden sowie zu den Amerikanern. Im September 1947 begleitete Heine Schumacher zu einem offiziellen Besuch in die Vereinigten Staaten. Irgendwann baute die CIA eine vertrauliche Beziehung zu ihm auf und Heine wurde zum inoffiziellen Kontakt der SPD mit der CIA. Bei der Bundestagswahl 1949 wurde Kurt Schumacher als Abgeordneter des Wahlkreises Hannover Süd mit 55,1% der dort abgegebenen gültigen Stimmen in den ersten deutschen Bundestag gewählt. Halle fricken Luja. So, und der alte Heinz Conle, erinnern wir uns, Conle-Klan, die Conles gaben, oder einer von den Conles gab irgendwie Geld an die AfD. Geld an die AfD. Der alte Heinz Conle war Sozialdemokrat und baute 18.000 Wohnungen in Deutschland. Wie ist ihm das gelungen? Nun, der Spiegel berichtete einst, die Conles wurden angeschuldigt, den Duisburger städtischen Liegenschaftsdirektor und SPD-Genossen Herbert Krisand bestochen zu haben. Und nicht nur den. Also letztendlich kamen die Conles da relativ unbeschadet raus aus der Sache. Im sozialdemokratisch regierten Duisburg, da ist ja gleich mehr, sollen SPD-Genossen Conle jahrelang großzügig mit billigen Grundstücken und Steuergeldmillionen versorgt haben. Die Kriminalpolizei verhaftete die Gebrüder Conle im Jahr 1958. Right. Ja, und dann guckt man sich so ein bisschen die SPD-Geschichte von Duisburg an. Das ist natürlich dann sehr interessant. Also generell die Geschichte der SPD ist ein richtiger Spionageroman. Also, bevor es überhaupt die SPD gab, war es ja so, es war die Ära, also vor allem in den 1800er Jahren, es war die Ära der sogenannten Aufklärung, Industrialisierung. Und die Briten waren da ja unglaublich clever gewesen. Die hatten ja ihre mega Geheimdienstnetzwerke und konnten dann diese Aufklärung schön faken, von wegen, wir sind nur noch eine halbe Monarchie. Plötzlich überall private Merchant Banks, Großkonzerne, dies, das. Alles super fake. Ungefähr so durchschaubar wie die British East India Company. Und, ja, und man hatte halt eben dann in dem sogenannten Manchester-Kapitalismus, also das heißt, die Verhältnisse waren ja unglaublich übel für die Arbeiter, auch in Britannien. Über die Kolonien reden wir jetzt erstmal nicht. Das heißt, für die Arbeiter war das natürlich dann unglaublich mies und es musste halt so eine Art politische Repräsentanz geben, pseudomäßig für die Arbeiter. Das Ganze musste in kontrollierten Bahnen ablaufen aus Sicht der Briten, da musste geheimdienstlich gesteuert sein. Und das musste halt eben dann langsam passieren mit den Arbeiterrechten und bessere Bezahlung und so weiter und so fort. Nicht, dass das irgendwie noch aus dem Ruder läuft. Also, und die Briten haben das dann eben so gedeichselt. In Preußen unter anderem, ja, war das Ganze halt, also bei den Preußen und anderswo im deutschen Raum, war das Ganze natürlich nicht so elegant organisiert, auch wenn die Preußen schon einigermaßen geheimdienstlich aufgestellt waren. Also, das heißt, preußische Behörden führten aller Wahrscheinlichkeit nach sogar Karl Marx als Informanten und Provokateur. Ich habe das auch mal ganz ausführlich behandelt. Es gab irgendwie mal einen Linken, der in dieselbe Richtung ermittelt hat. Allerdings sind demjenigen halt diese adeligen Netzwerke, Geheimdienstnetzwerke im Größen und Großen und Ganzen unbekannt. Und, ja, also gab es schon einige preußische deutsche Geheimdienstnetzwerke, um halt die linke Bewegung auch zu steuern. Das war ja auch so ein Bismarcks Projekt. Er wollte ja auch so eine Art konservative Linie für die Arbeiter und so, ja. Und Bismarck und die anderen wollten halt eben auch eine Vereinnahmung der Sozialdemokratie. Also, es ging immer nur um Kontrolle. Ja, das heißt, es gab Bevölkerungswachstum, Industriewachstum, es sollte nicht aus dem Ruder laufen, deswegen halt überall Spionage, eben auch auf deutschem Boden. Die linke Bewegung war, die linke Bewegung war total durchsetzt. Total durchsetzt von Geheimdiensten, ist leider so, sorry, nicht meine Schuld. Also, es ging halt darum, den Eliten, dass Arbeiter zuverlässig in den Fabriken arbeiten, ohne dass größere Probleme entstehen. In Preußen war die Bevölkerung ursprünglich recht klein, die Lebenserwartung niedrig, es gab Kinderarbeiten, es war abzusehen, dass die Briten mit ihrer konstitutionellen Monarchie und die Amerikaner mit ihrer Fake-Republik davonziehen werden. Sozialdemokratie konnte mit geheimdienstlicher Kontrolle ein passables Instrument für die Mächtigen werden. Also, und die SPD Duisburg spricht dann über ihre eigene Geschichte. Man spricht auch viel über Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle ist so der Urahn der SPD, könnte man sagen. Ja, so der, äh, der Mohammed, man könnte sagen, der Mohammed der SPD. Ja, ähm, und das heißt hier, ähm, mit 20 Jahren lernte er die doppelt so alte Sophie Gräfin von Hatzfeld in Berlin kennen. In den Jahren 1856 und 1857 wohnte er sogar im Hause der Gräfin in Düsseldorf. Ob die beiden miteinander quasi ins Bett gestiegen sind, ist nicht, äh, wahrscheinlich nicht mehr zu rekonstruieren. Sie war eine Tochter von Friederike Caroline-Sophie Gräfin von der Schulenburg. Kennert. Ja, und dieser Clan von der Schulenburg, die sind auch sehr, sehr starke Connections. Vor allem auch nach Britannien, ähm, ja, Welfen, Bettina, Reginare. Und, äh, manche derer von der Schulenburg, äh, war noch sehr, sehr wichtig für das Nazi-Regime, beziehungsweise auch wichtig für die Entstehung des Nazi-Regimes. Es ist ja interessant zu sehen, dass, ähm, adelige Clans das ganze politische Spektrum bearbeiten. Ja. Ähm, ab, äh, 1848 lebte die sogenannte Rote Gräfin mit LaSalle in Düsseldorf zusammen und war dort während der März-Revolution politisch aktiv. Also, es war ein ziemlicher Geheimdienstkrieg. Einerseits die deutschen Geheimdienste wollten halt die Kontrolle wahren. Auf der anderen Seite gab es eben dann die Einmischung von britischen, äh, auch natürlich dann britisch-adeligen Geheimdiensten. Auch nach ihrer Scheidung, 1851, lebte sie bis 1856 mit LaSalle zusammen. Yay! Danach zog sie nach Berlin, blieb aber in engen Kontakt mit ihm. 1861 trafen beide in Italien Giuseppe Garibaldi, der zusammen mit Marzini da die Riesen, äh, Operation durchführte in Italien. Auch im Sinne von Welfen, Bettinen, Reginaren, bekamen ja auch Unterstützung dann mit amerikanischen Waffen und so. Äh, die sogenannte Vereinigung Italiens soll heißen, Eroberung Italiens, auch das italienische Königshaus, dann Victor Emanuel und so. Ähm, italienische Königshaus, natürlich dann auch hier Connections, sehr starke Connections zu den Briten, Welfen, Bettiner, Reginaren. Auch Mussolini, ähm, ist da interessant zu erwähnen. Mussolini war ja, äh, Mussolini war ja bestätigtermaßen in seinen früheren Jahren britischer Agent. Das stand auch im London Guardian. Äh, wie lange er britischer Agent war, ist natürlich dann immer noch geheim. Hihi. Also, sie trafen Giuseppe Garibaldi. Na dann. Sophie von Hatzfeld wurde auch Mutter der Sozialdemokratie genannt. Ihre Schwester heiratet den preußischen General. LaSalle hatte dann auch persönlichen Kontakt zu Marx und Engels und zählte sich selbst zu deren Mitstreitern. Ich glaube, Marx, der, Marx verachtete sowieso alles und jeden. Und, äh, Marx hatte da ein paar sehr üble Beleidigungen übrig für LaSalle. Ich werde das jetzt nicht wiederholen. Finde das in meinen Büchern. Ähm, da LaSalle von der Gräfin von Hatzfeld, deren Prozesse er aufgrund, also, deren Prozesse er, äh, gewonnen hatte, unterhalten wurde, hatte er die Möglichkeit, sich als Privatier unabhängig von materiellen Zwängen voll zu entfalten. Ja, so wie die AfD sich auch entfalten konnte. Ja, also, die AfD konnte sich auch schön entfalten anscheinend mit dem Geld von Henning Conle und von dem Baron von Fink. Ist ja funky, wenn halt eben du halt nicht selber irgendwie Geld einsammeln musst, sondern du kriegst es halt von Adeligen halt hinten reingeschoben. Ist natürlich funky. Äh, am 23. Mai 1863 wurde im Leipziger Pantheon der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein ADAV gegründet. Ferdinand LaSalle wurde für fünf Jahre zum Präsidenten gewählt. Yay! LaSalle trat seit Mai 1863 einige Male in Kontakt mit Bismarck, um ihn zur Einführung des allgemeinen Wahlrechts zu überreden. Wahrscheinlich war LaSalle, äh, LaSalle die Bitch von Bismarck. Bismarcks Job, äh, Bismarcks Job war ja eben dann auch die linke Szene zu infiltrieren. Äh, und, äh, ja, und dann auch die, der Adelsclan, in den Karl Marx eingeheiratet hatte, Jenny von Westfalen, gab es dann auch eine ziemlich enge Verbindung zum preußischen Innenministerium, das für die Spionage zuständig war, und eben dann weitere Beziehungen nach Britannien, und irgendwann haute ja Marx ab nach Britannien. LaSalle verliebte sich bei einem Kuraufenthalt an eine junge Frau namens Helene von Dönninges, eine Adelige, wollte sie heiraten, aber ihre Eltern waren dagegen. Um ihren Vater, den bayerischen Diplomaten Wilhelm von Dönninges, äh, verklagen zu können, versuchte er den bayerischen König Ludwig II. auf seine Seite zu bekommen. Das sollte durch Vermittlung eines Freundes geschehen, äh, des Dirigenten Hans von Bülow. Okay, wait, wait. Also mit solchen, ah, powerful, solchen mächtigen Connections wollte er dann sein Problem lösen, Herr LaSalle. Das hat nicht funktioniert, es kam dann letztendlich zu einem, äh, Duell, und, ähm, LaSalle wurde abgeknallt. Aber es ist interessant, sein Vermittler sollte sein Hans von Bülow. Hans von Bülow entstammte dem Mecklenburger, Mecklenburger Uradelsgeschlecht von Bülow, die hatten, also manche von Lehrer von Bülow, das hat natürlich auch eine wichtige Funktion, bei den Nazis, wieder schön zu sehen, ne, wie adelige oder hochadelige Clans, wie sie das ganze politische Spektrum bearbeiten. Ähm, ja. Ja, also dann, ähm, hier wichtig noch in der Geschichte der SPD Duisburg, ja, auch im Zusammenhang mit den Conless und den Spenden für die AfD. Ähm, wichtig war da auch Friedrich Albert Lange. Es gab dann viele Industrie in Duisburg, Bevölkerungszuwachs, Zuwanderung, man musste ja irgendwie dann die Arbeiter managen, also, fand dann statt durch die SPD. Dann, bei den Wahlen 1898 kam Wilhelm Liebknecht nach Duisburg, das Urgestein. Liebknecht hatte verdächtige Verbindungen, auch durch seine Familie. Sein Vater war der großherzoglich-hessische Regierungsregistrator zu Darmstadt und Gießen, Ludwig Christian Liebknecht. Also, Haus Hessen, ja, äh, die Verbindungen, äh, Haus Hessen, die, äh, Verbindungen zum britischen, äh, zum britischen Thron sollten bekannt sein. Ähm, da noch die Mutter Katharina, geborene Hirsch, war Tochter eines landgräflich-hessischen Oberpostmeisters in Hanau. Alles klar, ne? Äh, dann in der Duisburger SPD gab's noch einen Eberhard Brünen. War lange Zeit so der Mann hier bei der Duisburger SPD. Brünen wurde vom Ministerium für Staatssicherheit der DDR vermutlich konspirativ abgeschöpft. In den Rosenholz-Dateien befindet sich zu ihm ein Vorgang namens IMA Gustel. Ja, wobei halt, äh, da auch immer viele Doppelagenten unterwegs waren. Ja, es ist schwierig zu rekonstruieren teilweise. Ähm, wir wissen ja, wer halt letztendlich hinter der SPD steckt. Ja, und es geht halt immer so weiter. Also, Alexander Gauland und seine Connections, das haben wir ja schon erwähnt hier. Also, Hessen, CDU-Kreise, Gaulands, äh, Gaulands Mentor und so weiter. Ähm, dann Gauland ist ja auch ein Riesen, äh, Gauland war ja auch immer so ein Riesen-Fan von Britannien. Und so weiter. Äh, dann Beatrix von Storch, die gebürtige Herzogin von Oldenburg. Ja, sind wir auch hier in den, äh, bestimmten Clans mit drin. Äh, das heißt nicht, dass diese Leute immer genau schnallen, was da eigentlich läuft. Ganz im Gegenteil. Also, je weniger die Einzelnen wissen, umso besser aus Sicht derer, die da die großen Operationen schmieden. Ähm, es sei daran erinnert, wie einfach es ist, für einen Geheimdienst hier zu agieren in Deutschland. Also, vor allem auch für den britischen Geheimdienst. Ähm, der muss halt einfach nur eine gewisse Tarnung verwenden. Also, meistens eine adelige Tarnung und schon hast du die Leute im Sack. Also, es ist dann egal, ob man dann die SPD hier bearbeitet oder die, die SPD oder CDU oder AfD. Das ist vollkommen Banane. Kannst du hier diese Leute bearbeiten und einfangen. Ähm, haben wir schon mal darauf angesprochen, hier, äh, Björn Höcke und seine Affinität zum deutschen Adel. Ja, das heißt, wo er da wohnt und, und dies und jenes und so. Also, äh, da kann man ihn, denke ich, auch sicherlich sehr leicht einwickeln. Ja, weil diese Ideologen sind einfach, was Geheimdienste anbetrifft, total blank. Sie verstehen davon eigentlich nichts. Und, ähm, sind dementsprechend leichte Beute. Ja, und wir haben es ja schon mal, äh, genau, halt immer genauer aufgedröselt. Ähm, es gibt halt eben so eine gewisse Quote an Keller-Nazis da draußen. Das ist wirklich nur ein paar Prozent in der Bevölkerung. Ja, so richtige Keller-Nazis. Und die tönen immer so groß hier in den Kommentarspalten oder Social Media. Natürlich anonym. Aber, äh, wenn sie halt so Keller-Nazis sind, was bleibt ihnen übrig, ja? Sie müssen halt versuchen, irgendwie mit einer normalen Fassade irgendwie in der Öffentlichkeit aufzutreten und so. Und, äh, müssen dann aus ihrer Sicht gleichzeitig ihr Keller-Nazitum weiterpflegen. Aber, wie können denn bitte bestimmte Personen und Figuren, wie gut können die wohl ihre Geheimnisse wahren? Ja, irgendwelche Geheimnisse schützen vor der NSA, GCHQ, MI6, da, 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 da. Vor allem, wenn diese Geheimdienste nicht offen auftreten. Ja, also, ähm, das Magazin Stern interviewte ja alles Weidel, alles Weidel von der AfD mit der Überschrift, Was können sie eigentlich außer Hass, Frau Weidel? Nun könnte man antworten, sie beherrscht Volks- und Betriebswirtschaft sowie Vermögensverwaltung. Ähm, sie bekam wegen ihren Leistungen sogar eine Förderung der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie versteht von der Materie also weit mehr als die Stern-Reporter. So richtig passt sie aber nicht in die AfD. Sie scheint eher geeignet für das wahrscheinliche neue Parteiprojekt des Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen. Dieses, sprich das gleiche Wähler-Klientelern orientiert sich aber eher an US-Republicans. Also, ich befürchte ja, dass das abgesprochen ist heimlich mit der CDU. Das ist nur mal eine Mutmaßung. Ähm, wäre ja clever von der CDU, äh, CDU-CSU halt eben eine neue Partei zu starten als christlich-konservativ. Äh, und somit hätte die CDU halt dann bundesweit einen neuen Koalitionspartner. Ja, und jahrelang hat er dann, äh, Maaßen halt so Töne gespuckt von wegen dies und jenes und so. Und es gab dann die erwartbaren Reaktionen. Das heißt, die Linken waren dann ganz aus dem Häuschen und meinten, oh Gott, oh Gott, das sei ja ultra rechts und so. Ähm, und die CDU hat sich dann auch erstmal so abgegrenzt und gemeint, das passe nicht zur CDU. Ja, ähm, also vielleicht landet, vielleicht landet alles Weidel irgendwann mal bei der Maaßen-Partei. Wenn Maaßen halt tatsächlich eine eigene Partei startet, dann, ähm, wenn er eine eigene Partei startet, dann kann das natürlich dann der AfD-Wähler wegnehmen. Sarah Wagenknecht bei den Linken könnte eben auch eine neue Partei starten. Und dann ist es halt dann vorbei gegebenenfalls mit den hohen Umfragewerten für die AfD und das Geheule wieder groß, das Gejammer und das Zähneklappern wieder groß. Ja, so ist es halt, ähm, und wir haben uns auch mal die sogenannte Werteunion genau mal angeguckt. Also der Laden da, wo Maaßen da irgendwie mit rummacht. Äh, und, äh, manche bei der Werteunion, wichtige, einige der wichtigsten Leute bei der Werteunion, ähm, wo wir gesehen haben, ähm, manche studierten irgendwie in Oxford und waren dann, vertraten dann als Anwälte das niederländische Königshaus gegen irgendwelche Reporter. Und, äh, halt hier Adelsverbindungen, da Adelsverbindungen und halt Verbindungen zu solchen gewissen politischen, halt alten Seilschaften. Ähm, interessant, interessant. Also, Weidel ist lesbisch, hat eine Partnerin aus Sri Lanka, bewegt, also die Partnerin bewegte sich da irgendwie in einem linksalternativen Umfeld. Ähm, ihre kurze Tätigkeit bei Goldman Sachs triggert die Anhänger klassischer Verschwörungsmedien so, als müsse jeder Neuling bei dem Bankhaus einen Eid schwören auf die non-existenten Windmühlen von Zion. Also, das heißt, der ganze, äh, dieses ganze Märchen, dieses ganze Märchen, äh, über die Windmühlen von Zion, das geht im Wesentlichen auf den britischen Geheimdienst zurück. Ich meine, die Protokolle von Zion waren ja eine russische Fälschung, aber, ähm, äh, die ganzen Grundmaterialien waren ja alle schon da und so und älter und eigentlich jeder Trottel hätte das zusammenfälschen können, basierend auf der gängigen Literatur der damaligen Zeit. Ähm, und, äh, ja, wenn Leute dann irgendwie sagen, ja, aber, aber, die Protokolle seien irgendwie so prophetisch gewesen und so, äh, nee, das ist kompletter Brei, das ist halt einfach bunt zusammengewürfelte Sätze, äh, ziemlich weit gefasst und allgemein gehalten, völlig ungeordnet und, ähm, das ist ein bisschen wie Kaffeesatzlesen, also, wenn Leute meinen, das sei so prophetisch gewesen, also, entweder haben sie die Protokolle irgendwie schon lange nicht mehr gelesen oder haben es nie richtig gelesen, ähm, beziehungsweise diese Leute, die halt eben dann meinen, ja, das sei so prophetisch, diese Leute verstehen halt einfach, äh, das 20. Jahrhundert nicht geheimdienstlich, verstehen auch die letzten Jahrhunderte nicht geheimdienstlich, also, da ist ein riesen Nachholbedarf da, ähm, ist auch eine kreisförmige Argumentation, also, wenn Leute sagen, ja, die Protokolle müssten wahr sein, weil das ja so irgendwie alles eingetroffen sei, aber wie interpretieren diese Leute das 20. Jahrhundert, naja, gemäß der Protokolle von Zion. Ja, und dann, äh, ja, und dann meinen sie noch, ja, aber das würde alles stimmen, weil die Rothschilds ihren großen Reibach machten nach der Schlacht von Waterloo an der britischen Börse durch Trickserei, das stimmt auch alles nicht. Äh, ja, und der erste Rothschild hätte den Landgraf von Hessen-Kassel bestohlen, nein, das stimmt auch nicht und nein, diese immer wieder angeführte, äh, Quelle aus der jüdischen Enzyklopädie ist auch kompletter Crap. Ähm, ja, also, das heißt, es gibt halt eben so eine gewisse Klientel und die ist halt, ähm, hat halt ein gewisses Gewicht in der AfD und diese klassische Verschwörungsklientel, die meint halt, sie hat die Weltformel gefunden und kann alles erklären und hat jedes Problem lösen mit ihrer Ideologie. Ähm, und dieser Klientel passt halt Weidel überhaupt nicht. Ähm, die mögen Weidel überhaupt nicht. Ähm, also, und wir haben es ja mal aufgedröselt im Detail, also wie halt gewisse Adelslinien, ähm, auf deutschem Boden, aber durch Verbindung zum britischen Kolonialreich, wie diese Adelslinien halt eben hier die völkische Szene infiltriert hatten in den 1800er Jahren. Ähm, ja, und man übernahm dann die, den älteren Quatsch von den französischen Frühsozialisten über eine vermeintliche jüdische Weltverschwörung, ähm, und es gab halt dann mal so eine Merchant Bank, so eine Fake Private Merchant Bank, so wie die Rothschilds, alles unter Kontrolle der britischen Krone, genauso wie Bearings, ähm, gab halt dann eben, ähm, unglaublich viele Strohfirmen, unglaublich viele Tarnfirmen, ähm, im britischen Empire. Ähm, und gleichzeitig schuf man eben dann diese, diese Mythen, diese Märchen. Also, die Ablehnung der gängigen politischen Agenda in Deutschland und mit dem Sammelbegriff Hass einzutüten, wie es der Stern macht, ist halt billig, geht an der messbaren Realität vorbei. Hier haben wir was verlinkt, ähm, das ist die, Moment, ähm, um es genau zu sagen, hier die Friedrich-Ebert-Stiftung, äh, mit ihrer Meinungsforschung. Also, das heißt, der nationalistische Block in Deutschland, das sind so ungefähr 25 Prozent, davon ist aber nur ein Bruchteil tatsächlich Neonazi. Sofern man klare Definitionen benutzt und klare Fragen stellt in den Umfragen, also oftmals sind da die Fragen recht schwammig. Der Pro-Migranten-Block, also links-woke, liegt bei 26 Prozent, die sogenannte bewegliche Mitte sind 49 Prozent. So glaubt nur knapp jeder Zweite, dass die Politik die Herausforderungen in der Zukunft bewältigen kann. Mehr als 50 Prozent der Befragten glauben, dass sie persönlich nicht von der guten wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands profitieren, machen sich Sorgen um die eigene Zukunft. Diese Ansichten gehen daher einher mit einer skeptischen Haltung gegenüber Geflüchteten und Migranten. Also, die Leute wollen eine seriöse Partei, die nicht so ideologisch ist, die halt eine Partei, die deutsche Interessen vertritt. Punkt. Und die meisten Leute wollen keinen Neonazi-Saftladen. In einem aktuellen Interview, das war mit dem Kompakt-Magazin, kommentiert Weidel den Verfassungsschutz. Sie sagt, Haldenwang sei links, genauso wie Innenministerin Faeser, jammer, jammer. Der Verfassungsschutz ist jedoch aufgebaut worden zum großen Teil durch den britischen Geheimdienst. Und weit oben laufen eben die Fäden zusammen. Wie war das denn mit Sir Ivan Kirkpatrick hier in der Besatzungsphase? Weidel und die AfD können die Netzwerke nicht durchschauen, daher Freund von Feinden nicht unterscheiden. Das größere Problem für die AfD sind nicht die nationalen, sondern die internationalen Geheimdienste, die nie thematisiert werden im rechten Spektrum. Die Anhänger der Partei hoffen einfach, dass Gestalten wie Höcke ihre Geheimnisse für sich behalten können. Um Gottes Willen.